Hallo Kinder, ratet mal wer hier ist! Ja, ich bin's! Bob! Kommt mit zur Lernstraße mit Bob! Hallo Kinder, ich bin Bob die Bahn, euer DJ und Gastgeber! Willkommen zu unserer Phonics Show! Die Teilnehmer in dieser Show sind die Buchstaben des Alphabets. Ist das nicht cool? Sie werden singen, tanzen und uns Klänge beibringen, die mit den Buchstaben beginnen. Und jetzt ein großes Hallo und Willkommen an unsere wunderbaren Preisrichter! Seid ihr bereit, Preisrichter? Feurig, freudig und fantastisch fabulös! Das ist unsere Künstlerin für heute Abend, Miss F! Wir wollen uns heute freuen, einfach fa-fa-fa-fa-freuen. Das bringt uns so viel Freude, so viel fa-fa-fa-fa-freude. Das ist mein Freudenklang und tagetslang. Wisst ihr, was sich auf Teuer reimt? Es ist das Wort Feuer, fa-fa-feuer, fa-fa-fa-feuer. Ich kann im Wasser schwimmen, wie die Fische schwimmen. Fa-fa-fische, fa-fa-fa-fische. Fußball passt zu meinem Stil, denn es ist mein Lieblingsspiel. Fa-fa-fußball, fa-fa-fußball. Der Fische dreht sich rund im Kreis und dabei ist er auch ganz leis. Fa-fa-fischer, fa-fa-fischer. Der Fuchs, so sagt man, ist gemein. Dabei will er nur lustig sein. Fa-fa-fuchs, fa-fa-fuchs. Ich spiel gern die Fiedel, Fiedel, Didel, 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 Fiedel. Fa-fa-fiedel, fa-fa-fiedel. Kein Vogel fliegt am Himmelszelt ohne Federn durch die Welt. Fa-fa-federn, fa-fa-federn. Was passt genau zum Löffel, das kann nur die Gabel sein. Fa-fa-fork, fa-fa-fork. Gabel! Ein gut gekochtes Essen könnt ich auf einmal fressen. Fa-fa-fressen, fa-fa-fressen. Die Fee mit ihren Schwingen, kann tanzen und auch singen. Fa-fa-fee, fa-fa-fee. Wir hatten wirklich sehr viel Freude, ganz viel Fa-fa-fa-fa-freude. Die Freude war so groß, so viel Fa-fa-fa-fa-freude. Das ist vom F der Klang und der Gesang. Richter, ich bitte um eure Stimmen. Fantastisch, faszinierend, fabelhaft, freudig, fröhlich. Danke an Miss F und die fantastischen Richter. Wir sind bald wieder da mit dem süßen Klang weiterer Buchstaben aus dem Alphabet. Bis dann, adios! Hey Kinder, seht euch dieses Video nochmal an und zählt die Worte, die mit den Buchstaben dieser Episode beginnen. Vergesst nicht, die Antwort in der Kommentarrubrik weiter unten einzutragen. Danke! 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 Danke!